Um Kandeszucker herzustellen, feuchte zunächst einen Holzspieß an und wälze ihn in Zucker. Stelle ihn anschließend zum Trocknen zur Seite. Bringe als nächstes 250 ml Wasser über mittlerer Hitze zum Kochen und rühre nach und nach 2 Tassen Zucker hinein, bis dieser sich auflöst und nimm dann den Topf vom Herd. Gib einen Esslöffel Lebensmittelfarbe und einen halben Teelöffel Backaroma hinzu. Lass die Mischung für 10 Minuten abkühlen, bevor du sie in ein sauberes Einmachglas füllst. Befestige nun eine Wäscheklammer am oberen Ende deines gezuckerten Holzspießes und hänge ihn so in dein Einmachglas, dass er von der Klammer gehalten wird. Decke das Glas lose mit Plastikfolie ab und lass das Ganze so für 3-5 Tage stehen. Wenn dein Kandeszucker die gewünschte Größe erreicht hat, nimm deinen Spieß aus dem Glas, um ihn trocknen zu lassen.